Hallo zusammen, ich melde mich noch mal kurz. Ich habe gedacht, ich probiere mal auf dem Schweizeröhrchen, auf meinem kleinen Quetsch, die ich seit langem wieder vorgenommen habe. Ein sehr bekanntes Lied von einer sehr bekannten österreichischen Schlagersängerin aus. Auf dem Stein ist es gut. Ich habe gedacht, es muss doch auch möglich auf dem Schweizeröhrchen sein. Und ich denke, ich probiere es mal aus, wie es so im Ländler-Stil klingt. Da ist dabei herausgekommen. Viel Spass! Musik 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Schönen Feierabend!